Lui Ursprung, wann habt ihr persönlich das letzte Mal etwas verzollt? Also da mag ich effektiv nicht besinnen, weil ich eigentlich im Ausland sehr wenig kaufe oder gar nichts. Und das, was ich ab und an nehme, ist im Büch und das wäre so nicht verzollt. Ich glaube auch hier bei der Eröffnung der Zollplattform geht es um ganz andere Dimensionen. Wie wichtig ist dieses Monument für Brieglies? Welchen Stellenwert hat es? Ja, Brieglies ist ein Zentrum und Brieglies ist aber nicht nur ein Bildungs- oder Dienstleistungszentrum. Brieglies ist auch ein Verkehrsknotenpunkt. Ist das in der Geschichte gesehen? Ist das auch Eiten? Und wird es in Zukunft sein? Einerseits mit dem Simplo-Tunnel, andererseits mit dem Simplo-Pass. Es ist ein Tor zum Süden und damit ist natürlich für die Zentrumsfunktion und auch zu bestätigen, diese Anlage hier für die Stadtgemeinde sehr wichtig. In der Einsteig, man sieht leider auf dem Video nur gerade einen kleinen Ausschnitt, wie gefällt es auch persönlich Lui Ursprung? Also, das Werk räumt seinen Meister Architektoren, ist absolut perfekt. Es ist auch für die Stadt eine Bereicherung, dass wir eine schöne Eingangspforte haben. Auf der anderen Seite der Kanton mit der Nationalstrasse und hier der Zoll jetzt. Es ist sehr architektonisch hervorragend gemacht und ist auch eine saubere Anlage. Es ist eine Visitenkarte für die Stadtgemeinde. Schöne. Schöne.